Auf dem Hamburger Fischmarkt bieten die Marktschreier immer noch ein Produkt obendrauf. Wie sieht es in deiner Praxis aus? Hast du Benefits, die deine Kollegen toll finden? Ist es der Obstkauf? Ist es die Kaffeemaschine? Oder sind es Benefits, die wirklich deine Kollegen erfreut und den Arbeitsalltag erleichtern? Wie das gehen kann und wie das im Praxisalltag umgesetzt werden kann, zeigen wir dir bei unserem nächsten Buchner Praxisforum Erfolgreich Mitarbeiter finden und binden am 27.09. Untertitelung des ZDF, 2020